Wir sind zurück, bei Mentals Repair Inc. Und ich habe eine Idee! Da hast du jetzt den Schraubenzieher verwendet? Schaut gar nicht so aus. Die Fahrstuhlmusik ist echt mal cool. Also immer noch den Schraubenzieher da reinstecken. Hier haben wir jetzt das Vergrößerungsteil. Dann mach das! Kann ich jetzt mit ihm reden? Mhm. Ich weiß ja leider nicht. Jetzt fährt er also nur nach oben. Okay. Das ist grandios. Ich hätte das gerne noch in Sprache, aber so ist schon toll. Okay. 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 Hier mit dem PDA kann ich wohl die andere Stimme anrufen. Okay. Und fertig. Ich könnte euch durchlesen in der World Groupings. Einfach auf Pause drücken. Hier spricht der Aufzug. So hoch und runter denke ich. Okay. 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 Ok. Das ist mit dem hier. Ein Eisstand eröffnet. Fragen wir doch nochmal den anderen. Halt? Ein Eisstand?